Dadurch, dass viele in der Fitnessszene gerade darüber reden, Seitheben am Kabel auf Hüfthöhe zu machen, habe ich mir gedacht, ich mache mal kurz ein kleines Video und zeige euch, wie ihr das Ganze durchführen könnt, wenn ihr keinen höhenverstellbaren Kabelturm habt, so wie ich zum Beispiel. Ich nehme dann immer einen Stepper, sodass ich relativ nah am Boden sitze, wo meine Hüfte dann halt einfach Richtung Kabel bringe. Das Kabel verläuft hier auf dem Boden, ich arbeite mit einer Manschette, nehme mir das, setze mich hier hin, positioniere mich vernünftig und habe im Endeffekt eigentlich das Gleiche, wie wenn ich die Kabelrolle hochgestellt hätte und die auf ca. auf Hüfthöhe positionieren würde und kann dann hier schön in die seitliche Schultermuskulatur arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank.